Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herzburg in Mönberger Land, wo wir Sie an diesen völlig verwackelungsfreien neuen Stehtisch zum Sektschlafen, diesmal am Samstag vor Weihnachten einladen wollen. Aber wir sind auch zwischen vor und nach den Feiertagen durchgehend für Sie da und würden uns freuen, wenn Sie einfach so mal reinschauen und natürlich auch, wenn Sie sich kurz anmelden. Dann können Sie beim Schlendern durch unser Gelände zum Beispiel diese wunderbare Maserung der Buchenküche direkt vor der Auslieferung betrachten oder oben in der Ausstellung die nagelneue Eichenküche mit Keramikarbeitsplatte im Industriedesign. Mit dieser Küche waren wir bei den Architekten im Planhaus auf Daheim und Handwerk in München zu Gast und irgendwie wurde der Stand ziemlich genau so, wie wir uns vorgestellt haben. Wir haben dort als Franken nicht nur mit Baggers im Sinne der Völkerverständigung gearbeitet, aber auch das SOWID-Garn, das Garn im Vakuum vorgestellt, weshalb wir noch einige Stand- und Einbaugeräte im Sonderangebot haben. Mit ganz netten und spontanen Kunden haben wir Fotos von ihrer neuen, krisensicheren Bank im Schnee gemacht und mitgemacht haben sie, weil sie selbst für die vielen Fotos von anderen Kunden dankbar waren, die die Entscheidung zum Köschbau mit schwarzem Stahl sehr erleichtert haben. Außerdem lobte der Architekt, der das Hauptquartier vom Club baute, sichtlich beeindruckt unsere Mitarbeiter und bei diesen, aber noch mehr bei Ihnen, unseren Kunden möchten wir uns für die schöne Zusammenarbeit bedanken, die unsere Einrichtungsarbeit zu einer wunderbaren Aufgabe macht. Wenn Sie uns eine kleine Freude machen wollten, bewerten Sie uns doch bitte am liebsten bei Google oder auch bei Facebook oder Haus oder empfehlen Sie uns jemand, der beim Saubermachen unserer Sozialräume hilft. Be a friend, silent, freund, heißt die neue CD von Julia Fischer mit der neuen Band Jules, mit dem wir Ihnen ganz schöne Feiertage und ein gesundes neues Jahr wünschen. Bis bald! Bis bald! fully fin Heute bis bald. Zeit qualifying Untertitelung. BR 2018